Hey Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen, neuen Let's Play von mir. Wir sind hier im Minecraft und wir nehmen Paintball auf und ich muss mal meinen Sound ein wenig unterstellen, der ist wirklich scheiße laut und wir spielen Paintball. Viele werden sich jetzt denken, ja Paintball Mod, kenne ich schon, ist was Neues, aber nein, nein, das ist ein anderes Paintball. Hier ist gleich mal ein Lecker und wir müssen hier jetzt, ja, Zeugs nennen, zum Beispiel hier, naja, Zeugs nennen, ganz schlecht. Ich erkläre euch kurz das Prinzip von Paintball, es ist eigentlich ganz leicht, wie bei jedem Shooter, der, der schon mal einen Shooter gespielt hat, weiß, wer einen Shooter gibt. Und ich schätze, das hat jeder getan. Also, das, was ich zur Zeit in der Hand habe, sind die Paintball Kugeln. Damit kann ich Leute mit einem Schuss einfach irgendwo töten. Dann gibt es hier noch die Granate, hier, und dann kann man noch Zeug dreischalten, zum Beispiel das hier, eine Mine. Und wenn dort jetzt einer draufsteigt, irgendeiner, dann explodiert sie. Dann gibt es noch die Schrotflinde, die hätte ich jetzt beim nächsten Kill bekommen. Und, ja, was ist die denn gut? Ganz einfach, sie ist wie eine Schrotflinde. Wenn man schießt, klicken mehrere Kugeln auf den Gegner los, wie eine Granate, die ich verteile. Dann gibt es jetzt noch das MG, das ist halt so ein Dauerschussgewehr, so BAM 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 BAM. Und Heike. Geil doch, hab ich sagen, geil. Ah ja, ich muss mal im Prinzip bleiben. Dann gibt es auch noch die Sniper, und da steht hier auch links im Chat, was es gibt. Und, zum Beispiel, zwar mal ein paar die Mine bekommen, dass man noch mal eine andere Waffe kriegt. Und auf jeden Fall, das Prinzip ist ganz einfach. Einfach draufballern, betroffen wird auf jemanden. Ein wenig Geschick ist natürlich auch dabei, vor allem bei dem Luigi. Der nennt sich schon Luigi. Ne, Quatsch. Man muss auch taktisch Schwerding umgehen, zum Beispiel jetzt als hier. Und die man muss... LOL. Ja, sicher. Die Minis bauen sich genau vor mich. Fick mich. Na, tut mir kaum für den jetzt. Diesen Outlook. Aber, der muss jetzt mal sein. Und, Paintball macht mega viel Spaß. Ich spiele hier auf den Gommi HD Server. Gommi HD.tk Ein sehr guter Server. Gommi groß halt. Ich kann es selber selber auschecken. Ich kann dir auch mal in die Kommentare schreiben, wie er geschrieben wird. Und ihr zieht ihn euch rein und sagt auch eine Runde Paintball. Auf jeden Fall. Und, ich versuche jetzt ein wenig zu spielen. Ich versuche manchmal den Turm einzunehmen, weil es macht mega viel Spaß. Ich versuche erstmal den Köln, wenn meine Granate rauskommt. Zack, zack, zack. Und man muss immer in Bewegung bleiben. Dann hat man verloren. So. Und ich bin da drin jetzt schon wirklich ganz gut. Ich habe leider schon eine Folge aufgenommen, aber leider hat es den Ton nicht ausgenommen, weil es viel zu laut war. Und deshalb habe ich jetzt noch mal eine Folge aufgenommen. Und deshalb hoffe ich mal, dass der Ton passt. Weil ich jetzt noch einen getroffen werde. Das ist mir alles geil. Also ein mega Granatenwurf. Und ich bete, dass da unten noch einer steht. Yes. Leute. Wo ist der? Da war gerade noch einer. Da bin ich mir tausendprozentig sicher. Um jeden Fall. Und das ist eigentlich das ganze Prinzip von Paintball. Man kann sich aufregen. Ich bin echt der Shooter. Man muss jetzt viel ausgeben. Man muss sich nur Minecraft kaufen. Macht außerdem mega viel Spaß. Und. Ja. Eins. Zwei. Oh Gott. Also habe ich gerade mega ein paar Kits gemacht. Wer denn mit Dino. Komm. Ich krieg dich. Ich bin gerade mega schlecht. Jetzt muss ich mal in dem Fall. Komm. Na also. Der Luigi. Komm. Und leck. Leck. Ah. Leck. Ich hasse nichts. Alter. Das leckt mir mal wenn ich darauf gehe. Bam. Dort. Bam. Dort. So. Noch ein Kill. Und ich habe eine Mine. Komm. Achille. Jawoll. Ich habe. Ich habe. Ich habe eine Mine. Und. Man muss halt immer wenig aufpassen. Habe ich eigentlich jetzt alles erklärt. Es gibt Zeug. Ah ja. Und alle gegen alle. Man kann Teams machen. Aber. Ich schätze. Da hat sich nicht gemacht. Das habe ich mal gemacht. Und dazu wird dich niemand rein. Double Kill. Oh damn. Das wollte ich. Triple Kill. Oh Captain America. Du kannst mit Geserbe mal. Und da. Komm her. Komm her. Komm her. Gott bin ich schlecht. Ja. Und da. Schau. Schau jetzt in den Chat. Hat einer eine Snapper. Und der andere drüber eine Shotgun bekommen. Na drunter. Nein. Drüber. Gott bin ich. Jetzt bin ich heute schon wieder aufgeregt. Jetzt wird er heute eigentlich noch mit Missy Play. Eine kleine Runde Trouble in Mineville aufnehmen. In dem Fall MineMafia. Auch auf dem Server. Außerdem sehr guter Server. Erfehle ich euch nur. Survival Games ist drinnen. Das ist drinnen. Paintball ist drinnen. Jump and Run ist drinnen. Wirklich alles ist drinnen. Alles was man braucht. Man kann sich glaube ich auch Grundstücke kaufen. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall. Wir wollten da eine Runde aufnehmen. Aber das hat das Internet umgepackt. Und dann sind wir nicht reingekommen. Und da ist einer. Schaut. Da ist noch einer. Mit dem. Mein Graf. Bam. Au. Ich bin jetzt mega schlecht. Ich versuche es einfach mal 15 Minuten lang. Tritt zu laufen. Zack. Mal bescht. Fight mich. Komm komm komm. Alter. Ich den nicht treff? Da ist aufgaben. Nein. Captain America. Den wollte ich. Mine. 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 Aufstellen. 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 Puh. Okay gut. Und ja. Ich wollte noch mit Lissy Play eine Folge. Trouble in Mineville aufnehmen. Weil. Ich sag jetzt. Ich bin so grad irgendwie. Trouble in Mineville. Hab ich grad Lust. Mal erzählen. Die nimmt Folgen auf. Hab ich mir dachte. Ja. Frag mich mal. Trouble in Mineville aufnehmen. Kann ich jetzt auch ein wenig was hochladen. Wenn ihr wollt. Und. Und. Der Krasnitsch. Baby. Geh ich nicht. Der ist nicht. Und. Granatenbruch. Geht ich rein? Nein. Aber. Gut. Mal gucken. Ich hab noch irgendeine Köln dran. Mit den Kautster. Komm komm komm. Gut. Lass sie weg. Au. Oh. Ich seh schon mich so schlecht. Mit meiner Axt. Oh Gott. Ich hab keine Schneebälle mehr. Verdammt. Haha. Haha. Mit meiner Axt. Oh Gott. Alter, mega leck Oh, fuck, alter Alter, scheiße Leck mich In dem Fall tut es mir leid, dass es jetzt gerade ein wenig leck Und ich warf keine Schnee bei mir mehr What? Alter, es geht Jetzt hat mein Ah, jetzt hat es mir leid Mann, Alter, jetzt hat mein Kopf bei mir Ein bisschen gespackt In dem Fall tut es mir leid Und ab, scheiße Keiner Atemwurf Da hat man leider nicht sehr gut, ob man einen getroffen hat Weil ich jetzt den Tonawinkel leider habe Aber naja, damit werde ich mich schon abwinken können Und außerdem ist ja nur eine Folge Wenn ihr so ein wenig Rasenmähergefahren hört Gut, das ist jetzt mal mein Vater Aber ja Dunklaufen sage ich dazu nur Aber ich höre es fast gar nicht Und das schauf ich jetzt einfach mal mich Man hört es in der Aufnahme Naja Und da will mich einer abschießen Ich bin aber nicht drauf Und BAM mit dem Messer BAM mit dem Messer Mine, 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 aufstecken LoL Und ich bewein mich jetzt nicht ein wenig Ich will auch noch ein paar Kills machen Und ich versuche noch was anderes zu bekommen Und ich habe Irgendwann getötet Und ich habe eine Führerkarte Ich muss noch ein wenig Nein Mann Immer wenn ich irgendwas besonderes bekomme Stärklich Das regt mich auf Das geht gar nicht Da war einer Fuck Yes Au BAM Oh Oh Ehhh Treffen 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 Wir haben beide Granate geschmissen Aber haben beide voll Kack Oh Gott Jetzt ist wieder auf mich Ich gehe jetzt alle erstmal in die Runde ab Ich sterbe. Oh Gott, und... Alter. Jetzt müssen wir mal in der Nordic schmissen. Ich muss auch mal ganz kurz gucken, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Ich sehe mich noch mehr. Keine Ahnung. Und wenn ihr davon vielleicht mehr sehen wollt, dann sind wir mit dem Arsch wieder rein. Sugar. Batman. Ich bin Batman. Okay. Mucke. Mucke. Kuck aus der Luft. Haha, der war ein Spinner. Oh, dammit. Da ist die, da ist die, da ist die, da ist die. Da ist die, ich krieg dich, ich krieg dich, ich krieg dich. Yes, das sage ich. Ich bin gut. Komm. Jawoll, den habe ich. Und da hinten stehen welche. Bam, Mine. Einfach irgendwo aufgestellt, hoffen wir mal. Tritt irgendeiner rein. Das schon wieder. Captain. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Und, ja, 15er Part, so wie immer. Ich hoffe jetzt einfach mal die Uhr, ich schau jetzt mal auf die Uhr dann einmal. Ja. Bam. Rot. Ich bin tot. Mein Schnee soll. Zack. Am tot. Den Händen krieg ich, den Händen krieg ich. Läu. Warum stirbst du nicht? Da ist ja drin, ich habe ein Messer rum. Und zack. Das war mein Kill. Ich krieg ich, den krieg ich, den krieg ich, den krieg ich, den krieg ich. Bam. Wiederum hier voll für rumstehen. Zack. Oh, jetzt hatte ich eine Mähe. Ich habe es ganz genau gesehen. Und immer wenn ich drauf gefängt ist, dann bin ich an zu lecken. Das ist aber scheiße. Ich werde einfach mal in der Aufnahme lecken. Ich darf schon liegen gelaufen. Ich hoffe, der leckt jetzt mal nicht. Weil es doch ein... Entschuldigung. Ich kann leider auch nichts machen. Wahrscheinlich habe ich wieder zu viele Programme aufbauen. Habe ich auch Google auf. Ich habe jetzt gerade noch ein wenig die Displays angeschaut. Ich wollte mal gucken, ob das noch irgendjemand macht. Das Paintball hier. Aber ich habe nichts gefunden. Bei Paintball Minecraft hat es nur die Mac gefunden. Also wo man richtig gebrauchen findet. Werde ich vielleicht auch, wenn ich dazu komme, vielleicht mal was machen. Und das leckt gerade, glaube ich. Sicher, denke ich. Und ich bin tot. Tot. Und man muss eigentlich nicht viel machen. Ja, in dem Spiel wollen wir gleich das jetzt halt. Einfach noch eine Bombe. Staube. Wie komme ich jetzt auf Trouble in meinem Welt? Ohne Scheiß, was geht heute mit mir? Ich fail heute in Liga. Sack, Mine. Okay. Im Spiel bin ich auch wohl schlecht. Normalerweise hätte ich jetzt schon mindestens drei Schottis gehabt. Irgendwie wird es heute nicht. Aber ja. Das kriege ich dann bald eine. Mal schauen, ob ich die noch bekommen. Okay. Bam. Schotti. Kommt's coole. Mal gucken. Alter. Leck mich fett. Die macht irgendwie. Bam. Bam. Nein. Verdammt. Die da hinten kriege ich. Und. Bam. Ich bin auch ein Sniper, oder? Bam habe ich auch noch bekommen. Ich zieh auch dich noch mit in den Tod. Ich zieh jeden gerne mit in den Tod. Ich zieh jeden gerne mit in den Tod mit Simon. Das war so ein Kölzenix, glaube ich. War aber geil, wenn man Call of Duty für Messer in Punkte kriegt. Ich spiele ja eigentlich sehr bei Call of Duty. Aber ich habe es mal gezockt und das wäre echt nett. Nur so einen Bonuspunkt, der für irgendwas bekommt. Und. Zum Beispiel Messer. Das ist dann von mir oder so. Vielleicht ist das nicht schlecht. Oh Gott. Weiter. Ich habe jetzt gar nichts gesehen. Oh. 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 Jetzt habe ich hier nämlich schon mal einen Titel für mein Video. Geiler Song. Ich will den. Ich kriege den! Ich hab den! Nur noch zwei Schuss. Schiss! Oh geil! Nein! Nein! Aber ich hatte eine Mine! Das war schon mal ganz gut! Mal! Da steht er! erwischt und meine und meine die bieger von ich habe gesagt nein aber wenigstens ich krieg dich ich krieg dich nicht was geht denn da oben ab hatte ich ach komm den habe ich doch gehabt das geht nicht das kann nicht sein ich muss den kraft haben das joker was hat denn der vernamen das war aber mein geld ich habe mich doch auch selbst gekillt in dem fall mal schuldigung für luigi aber ich mag ich mag mario hier habe ich mal habe ich merken aber zurzeit ist es einfach mario da kann ich nix dafür wir landen in den fall mario ist eigentlich schon scheiße auf mine jetzt okay ich muss aufstehen ich muss aufstehen jetzt auf jawohl ich bin noch darauf gestellt granate erstmal eine runde drauf und hier auch mit meiner geilen sanden zu minimap könnte ich vielleicht werde ich vielleicht auch so leck werde ich vielleicht auch in die aber wie du wär in die kommentare schreiben und ja ich glaube wir sind schon lange drüber ja wir sind drüber wir haben sogar drei minuten zu viel okay aber ich sagen danke fürs zuschauen das war die erste folge wenn ihr mehr wollt ja sagt mir ich spiele immer gern und damit renne ich jetzt hier noch hoch und verabschiede mich dann damit ich nicht zuschiegt bin und den kill ich noch und nicht weggekehrt auf jeden fall das war's für euch mit der ersten folge vielen dank fürs zuschauen alles in den kommentaren du hast noch getötet und das war's ciao also wie